So, der Küstenpfeil steht an. Der Küstenpeil, wie es so schön heißt. Und vielleicht holen wir uns endlich mal den ersten Sieg. Wir kommen hier aber nicht so richtig aus dem Quark, weil das Ganze so verdammt kurvig ist. Das könnte sehr, sehr kompliziert werden. Da jetzt nochmal nach vorne zu fahren. Freddy Ovet müsste da jetzt wahrscheinlich mit der 99 einfach schon mal reinballern, damit wir dort doch nochmal zur Spitze kommen. So, es kostet jetzt natürlich Energie, aber es ist super, super wichtig, da ganz vorne zu sein, weil jetzt kommen nämlich die Kurven. Und da kann man wahrscheinlich sogar jetzt schon mit Alec Kaun durchgehen. Und wenn man hier vorne ist, dann kann das eigentlich nur noch gut werden. Corey Williams jetzt allerdings auch nicht ganz vorne. Freddy Ovet ist da noch vorne am Start. Mal schauen. Alec Kaun, Beschleunigungswert. Ja, Mist, da sind wir wieder nicht ganz vorne mit dran. Und dann ist die Konkurrenz eben doch stärker. Valop holt sich den Sieg vor De Decker. Dann Kielich, Tricht, Arz. Ja, 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 da werden wir wahrscheinlich wieder Achter. Das ist unfassbar. Also wenn wir da ein besseres Anfahrteam gehabt hätten, was uns in eine bessere Position gebracht hätte, dann hätte das auch nochmal besser laufen können. Also der achte Platz ist für uns auf jeden Fall ziemlich gepachtet. Verstehst du? Geil. Mörder-Gag, so wird die Folge heißen. Wir haben eine Platzierung gepachtet. Klasse Gag. So, 20 Kilometer sind es noch, sehe ich hier gerade. Auch spannend gemacht. Finde ich gut für die Kameras. Nun gut, also leider wieder nicht so erfolgreich, aber immerhin zwei Fahrer in die Top 10. Vor allem Freddy Ovet mal in den Top 10. Das ist doch auch ganz schön. Da gibt es jetzt ein schönes Omelette für Freddy Ovet im Ziel. Geklappt hat es nicht mit dem Sieg, aber wir haben in dieser Folge ja immerhin noch eine einzige Chance dazu. So, Finale in Österreich. Da gehen wir gleich mal rein. Gerade hat Salim Kipkenboy leider ein Loch im Zahn gehabt. Das sehen wir hier. Der kenianische Meister von Team Bike8 musste sich da zurückfallen lassen, um sich ganz kurz eine Blombe zu ziehen. Mal schauen. Joach, Lens Haydet heute mit der Plus 1 trotzdem nicht unbedingt besser als Eder Freire, der da jetzt aber auch dranbleiben muss da vorne. Müssen wir mal kurz richtig aus dem Sattel gehen. Und hoffen, dass wir dort die Kurve bekommen. Schauen wir mal, bleiben wir da in der Gruppe drin? Ich hoffe es. Die Lücke würden wir sonst nicht mehr zufahren können und da reißt sie natürlich auch gleich die Lücke. So, vielleicht jetzt in der Abfahrt. Hm, sieht alles gerade nicht so richtig stark aus, wie generell eigentlich nichts zum Ende der Saison hier bei uns stark aussieht. Da kommen wir kaum noch richtig ins Handeln rein. Vielleicht nehmen die jetzt nochmal ein bisschen Tempo raus, dann können wir in der Ebene oder in der Abfahrt dann wieder ranfahren. Aber es sieht momentan auch nicht danach aus. Freire einfach auch in der Abfahrt zu schlecht. Haydet, naja, auch nicht viel besser. Wie gesagt, wenn die da vorne mal ganz kurz auf uns warten würden, das wäre total nett. Und dann machen sie es jetzt auch gerade. Also, dann können wir noch ein paar Körner sparen. Hängen uns da vorne mal rein. Fahren ein Stück nach vorne. Drei Ausreißer sind da gerade noch weg. Das ist Gamper, Machado und Kolb. Alles keine Spitzenfahrer. Die werden, denke ich mal, wieder eingeholt werden. Riccardo Zeudel fährt auch seinem eigenen Mann hinterher, weil er ihm einfach nicht vertraut. So, Lance hat vielleicht heute doch die bessere Wahl. Dann switchen wir mal um. Dann machen wir es doch so rum, dass wir für unseren amerikanischen Meister fahren und einfach hoffen, dass wir die nächsten Hügel halbwegs gut mit überstehen und dann das Energiegel auch schon mal nehmen. Deutsche Sprache, ich kann irgendwie heute auch nicht so richtig gut spreschen. So, Ida Freire, wir versuchen nochmal schnell ein Wasser zu holen. Also, die Top 20 sollten wir schon mal relativ im Sack haben, aber das ist nicht unser Ziel. Wollen natürlich möglichst gut da vorne mit reinkommen. Und dann versucht Lance Hedet, wie gesagt, jetzt diesen Hügel zu überstehen, keine Attacke zu setzen, aber möglichst weit vorne durchzukommen. Energiegel nehmen wir zumindest mal bei Ida Freire. Vorne die Ausreißer sind jetzt auch schon durch. Spannendes Finale auf jeden Fall. Da haben wir auch Maxab Debesai. Und dann müssen wir jetzt schauen, Lance Hedet müsste da jetzt irgendwie mitkommen. Weil ansonsten war es das. So, Tempo ist wieder raus. Freire hängt da irgendwo mit dran. Ich hoffe mal, wir haben jetzt nicht das komplett falsche Hinterrad. Mal schauen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Jetzt geht es dann langsam auch zu Ende für Lance Hedet. Vorne sind sie allerdings auch durch. Wie gesagt, in dieser Gruppe drinbleiben wäre so, so wichtig. Dann müssen wir jetzt doch Energiegel nehmen, auch wenn es wahrscheinlich zu spät ist. So, die Lücke nicht reißen lassen, mein Freund. Okay, wir sind mittendrin, statt nur dabei. Attacken können wir natürlich keine kontern. Da müssen wir jetzt erstmal hoffen, dass das Ganze hier vielleicht ein bisschen ruhiger geht. Aber ich glaube, die Hoffnung kann man auch schon fast wieder aufgeben, weil jetzt hier die Attacken in die Abfahrt reinkommen. Dann ist hier aber auch schon wieder die Luft raus. Und vorne setzt sich Talmann aus der Schweiz ab. Der Name ist Programm. Auf jeden Fall kennt er sich aus mit diesen hügeligen Sachen. So, Devisai hier vorne mit drin. Ich glaube, Kipkamboy, haben wir gerade schon gesagt, hat es wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Eder Freire ist auch raus. Kipkamboy sehe ich jetzt hier auch nicht mehr. Aber kenianischer Meister, das hätte ich auch gerne gehabt, das Trikot in unserem Let's Play. So, Hedet regeneriert ein bisschen. Dann können wir gleich mal schauen, dass wir hier die nächsten Attacken wieder mitgehen. Hängen wir uns mal an Brandiao dran. Und dann suchen wir uns mal den besten Sprinter aus. Antunias Beschleunigung 64, 68. Devisai ist gut dabei. Bei Rabic natürlich. Aber Brandiao ist schon mal kein schlechtes Hinterrad. Wenn wir da noch bis ins Ziel mitkämen, wäre das schon mal ganz nett. Aber ich glaube, selbst daran wird es wahrscheinlich schon scheitern. Die letzten Körner jetzt gerade von Hedet. Da können wir wahrscheinlich bis ins Ziel nicht mithalten. Boah, da vorne kommt jetzt nochmal eine Kuppe. Das wird unser Ende sein. Das wird definitiv unser Ende sein mit Lance Hedet. Da sind wir durch. Da sehen wir es jetzt auch. Die Körner sind völlig verbraucht. Bei anderen aber auch. Und da wird jetzt nichts mehr gehen. Also Spitzenplatzierung wird es wahrscheinlich nicht werden. Können uns hier nochmal mit reinhängen. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, am Hinterrad ein paar Körner zu sparen und nochmal zur Gruppe vorne hinzukommen. Aber selbstständig werden wir das nicht schaffen. Vorne ein Fahrer weg. Rabic hat sich abgesetzt. Drei Kilometer sind es noch. Burke zieht das da jetzt relativ stark durch. Sehr kurvig das Ganze. Da kommen jetzt auch die Attacken. Und ja. Ich glaube, lange Rede kurzer Sinn. Hedet wird gleich wieder durch sein. Und dann werden wir nochmal durchgereicht werden. Da ist der Tank nämlich genau jetzt in dem Moment leer. Dann kommt von hinten wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was. Na, nicht so richtig. Und ich tippe mal auf den achten Platz. Vorne Stefan Rabic. Über den Namen lachen wir nicht mehr, weil der wirklich gut ist. Dann kommt Max Zapp Devisai auf die drei rein, weil ihn auf den letzten Metern Brandjau noch überholt. Da war für uns mal wieder nichts zu holen. Thalmann, Rosetto. Und ja. Ich glaube, es geht leider tatsächlich auf. Das ist doch unfassbar. Also, 8er Platz. Für Lenz Hedet. Ist unfassbar einfach. Jeder Freire auf der 18. Aber mehr war nicht drin. Wir mussten die Attacken mitgehen. Da ein konstantes Tempo oder so hinterherfahren, dann hätte das auch nichts gebracht. Dann hätten wir uns wahrscheinlich beim Hinterherfahren einfach platt gefahren. Felix Engelhardt auf der 12. In Österreich geht der Sieg also an einen Österreicher. Ist doch gut. Stefan Rabic, wie gesagt, über den Namen komme ich schwer hinweg. Daniel hat ein Auer. Riccardo Zeudel, der uns ja auch, ja, ich glaube, damals beim Jan-Ulrich Pro-Cyclist-Modus im Zeitfahren immer tierisch auf den Sack gegangen ist. So, also, wieder mal der 8. Platz für uns. Wir schauen nochmal ganz kurz ins Menü. Rabic ist der stärkste. Eine schöne Kombination von Namen. Der Bissai auf der 3 für Team Bike Aid. Preisgeld haben wir ordentlich bekommen. Wir sind jetzt schon bei 229.000. Wir sind auf Platz 60 zurückgefallen im Index. Da haben einige Teams sich nochmal deutlich verstärkt. So, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir eigentlich nochmal die letzten Transfers anschauen. Also, Fabio Ajo geht zurück zu Astana. Nico Denz geht zu Elkov Kasper. Was haben wir sonst? Taco van der Hoorn geht zu Trek Segafredo. Niklas Eck, der, glaube ich, wo geht Niklas Eck hin? Ich glaube, zu UNOX wechselt er in der Realität. Geht zu Luletano. Klingt irgendwie für eine sehr schöne Umschreibung für das männliche Genital. So, Luletano, Lule, Concelio. Ja, auf jeden Fall bin ich mir sicher. Naja, ein ordentliches Team. Nicht gerade überragend. Und wie gesagt, die genaue Übersicht, die schauen wir uns dann noch ein andermal an. Williams geht zu Canils. Was für ein Ding ist ja auch wurscht. Und ansonsten Sepeda geht zu Nippo Provence. Kaicedo haben wir hier als Wechsel drin. Mejavi Kudos geht zu Colnago. Also eher ein Schritt zurück vom großen Astana-Team. Aber Colnago holt sich schon ein paar ganz nette Fahrer mit ins Team. Kann man, glaube ich, nicht meckern fürs nächste Jahr. Da werden wir dann auch nochmal so ein paar ausgewählte Teams anschauen. Also, Folgenende quasi. Wir schauen nochmal ganz kurz, wie es denn in den Wertungen aussieht. Und schauen nochmal auch in der Nachwuchsarbeit vorbei. So, da war jetzt allerdings nichts Spannendes mehr. Andrew Ramsey, Etappenrennfahrer. 65, 61, 61. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. 22 Jahre aus Jamaica. Ich setze ihn mal auf die Liste. Vielleicht dann fürs nächste Jahr. Ganz spannend. Morales haben wir schon drüber geschaut. Und dann, wie gesagt, nochmal der Blick. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Punkte kontinental leider geholt. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem noch relativ gut liegen. Da haben wir Ida Freira auf der 16. Wir schauen jetzt mal nur auf die Teamwertung. Kontinental der achte Platz. Einen haben wir verloren an das FC Porto Team. Mit denen sollten wir uns eigentlich aber auch gar nicht messen können. Im Superprestige ist es der 36. Platz. Und bei den Siegen immerhin der 18. Platz. Mit 19 Saisonsiegen kann man da sehr zufrieden sein mit der ersten Saison. So, nächste Folge gibt es dann noch ein paar kleinere Rennen, die wir durchziehen werden. Danach gibt es die Transferfolge. Und dann starten wir auch schon in die zweite Saison mit Legion of Los Angeles. Ich hoffe, ihr habt immer noch ein bisschen Spaß dran. Natürlich Feedback gerne immer in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, freue mich über jeden, der auch mit rüber auf den Discord-Channel kommt. So, die letzte Rennfolge der Saison. Und wir kommen gerade bei den Weltmeisterschaften mit Roberts ins Ziel. Und machen das als 26. Mit 2 Minuten 37 Rückstand. Leider sind wir nur alleine am Start. Weil der andere Kollege Derek Gey sich leider verletzt hat, kurz vor den Weltmeisterschaften. Und hier nicht an den Start gehen konnte. Wir schauen jetzt einfach mal, wie das Zeitfahren generell so ausgeht. Top-Favorit Filippo Garner mit der 84 im Zeitfahren. Jetzt hinten raus in der Saison ein bisschen abgebaut. Olympia hat es nicht gereicht. Für ihn, Wout van Aert bei Olympia, auch im Zeitfahren nicht ganz vorne gewesen. Da hat ja Primoz Roglic das komplette Feld in Grund und Boden gefahren. Momentan Sören Kro Andersen vorne vor Ilan van Wilder. Und wir schauen einfach gleich mal rein, was denn auf den letzten Metern bei den Favoriten so geht. Und wer sich die Krone holt. So, wir warten auf die Top-4. Ron Dennis hier für Australien am Start. Bei der ersten Zwischenzeit auf dem 4. Platz gewesen. 21 Sekunden im Ziel. Dritter mit 18 Sekunden. Jetzt kommt Küng. Der war Zweiter. Wout van Aert nur Achter mit 37 Sekunden Rückstand. Und Filippo Garner war dort in Führung. Also, Stefan Küng kommt rein. Kann der Sören Kro Andersen noch schlagen? Schafft er nicht. Verliert hinten raus auch noch ein bisschen Zeit. Und ich denke mal, der Formaufbau von Wout van Aert wird auch ein völlig anderer gewesen sein. Wahrscheinlich nicht Richtung Weltmeisterschaften ausgerichtet. Filippo Garner sollte da gar nicht so weit weg sein von Wout van Aert. Ich denke mal, dass es nicht so stark wird vom Belgier. Es sind 1 Minute 15 Rückstand. Da kommt Filippo Garner schon ums Eck und wird auch Zeitfahr-Weltmeister. Also, Filippo Garner kann sich das Trikot wieder überstreifen. Ganz, ganz starke Leistung von Sören Kro Andersen auf der 2. Und auch der junge Belgier Ilan van Wilder. Ganz, ganz stark. Also, Team DSM auf Platz 2 und 3. Aber der Sieg geht an die Ineos Grenadiers bei den Weltmeisterschaften im Zeitfahren. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich den Sprung rüber. Denn natürlich sind auch die Straßenweltmeisterschaften am Start. Wir trainieren das Team Kanada mit Alec Cowen, aber natürlich auch mit Michael Wood. So, los geht's mit den Weltmeisterschaften. Leider ohne Michael Wood, weil der sich das Handgelenk gebrochen hat. Aber Alec Cowen ist am Start mit einer guten Tagesform, mit einer Fitness, die okay ist. Und wir gehen gleich mal in die Ausreißergruppe und versuchen dort vorne unser Glück im kanadischen Trikot. Mal schauen, ob die Gruppe da vielleicht durchkommt. Ja, das sind Weltmeisterschaften. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Parcours ist natürlich auch brutal mit ein paar Kopfsteinpflaster. Passagen noch drin. Sehr, sehr hügelig. Gut gemacht für Alec Cowen, aber natürlich gegen eine Konkurrenz, die aus absoluten Weltklassefahrern besteht, wird das nichts werden. So, die Gruppe. Mal schauen, ob wir die überhaupt schaffen. Da wird jetzt gerade Tempo rausgenommen. Dan Martin ist da kurz hinterher gefahren. Brent Bookwalter, den wir ja auch mal auf dem Zettel hatten, der auch ziemlich gut ist. Dilier Tullet, der glaube ich auch ja wechseln wird. Ben Tullet. So, wen haben wir denn hier dabei? Wir haben Wirtgen aus Luxemburg mit dabei und Dang aus Kasachstan. Aber nur Dang, nicht irgendwie Dong Dong oder sowas wie bei Olympia. Das wäre natürlich auch lustig gewesen. Ansonsten haben wir noch Perry mit am Start. Und wir hatten noch einen vierten mit dabei. Ich bin gerade ein bisschen aus dem Puste, weil ich gerade noch mit Nero gespielt habe, bevor ich jetzt einfach gerade in die Aufnahmesession rein bin. Also wir hatten noch einen vierten eigentlich mit dabei. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber auf jeden Fall auch der ist verletzt. Es ist einfach. Wahrscheinlich war es auch wieder Derek Gee. Also die Kanadier auf jeden Fall sehr verletzungsgebeutelt. Vorne die Gruppe kommt erstmal weg. Deswegen nehmen wir mit Alec Kauen ein bisschen raus und sehen uns dann wieder, wenn es spannender wird. Wir schauen einfach mal so mitten rein, wie sich die Rennsituation auch so verändert. Also unfassbar. Ich weiß nicht, wie man in der Ausreißergruppe mit drei Fahrern stürzen kann, Alec Kauen. Aber er hat es geschafft. Und hängt jetzt natürlich irgendwo so zwischendrin. Unfassbar. Also Vorsprung war mal auf, ich glaube, rund sieben Minuten. Jetzt sind es noch sechs. Und jetzt sollten wir da alleine hinterher fahren, was natürlich kompletter Wahnsinn ist. Das wäre schon von der Energie schwierig geworden, ohnehin da vorne in der Gruppe drin zu bleiben bis zum Schluss. Und ich dachte jetzt, okay, cool, dann können wir uns vorne ein bisschen ausruhen. Aber dann stürzt der natürlich unfassbar. Also da haben wir echt kein Glück. Das war mit Sam Bortmann ja auch schon mal so, dass der in der Ausreißergruppe dann vorne weggestürzt ist. Und dann sogar im Hauptfeld nochmal gestürzt. Also ich würde mal sagen, wir lassen uns zurückfallen. Jetzt die anderthalb Minuten da aufzufahren wäre wahrscheinlich unser Tod. Dann versuchen wir im Hauptfeld so gut wie möglich mitzukommen, ein paar Körner zu sparen. Und dann versuchen wir nochmal was mit Alec Kauen. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn das Spiel irgendwo einen taktischen Fehler drin hat. Oder eben generell die anderen Teams vielleicht taktisch nicht ganz so auf der Höhe sind. 50 Kilometer sind es noch. Perry immer noch an der Seite von Alec Kauen. Ja gut, theoretisch müsste man es wahrscheinlich andersrum machen, weil Perry dann doch der leicht Stärkere ist. Aber Kauen ist unser Fahrer. Und es ist natürlich interessanter für Alec Kauen zu fahren als jetzt für Perry. So, da haben wir die Belgier, die natürlich für Wout van Aert am Start sind. Da haben wir den Belgier mit der Rücken Nummer 1, wenn ich das richtig sehe, unter dem ganz verschmutzten Trikot. Der Top-Favorit heute. Dann Florian Sennischal für Frankreich. Alec Philippe natürlich mit am Start, schon relativ weit hinten. Aber der wird sich da in der entscheidenden Rennphase nach vorne fahren können. Ja, da bin ich gespannt. Also so ein paar Lücken reißen hier tatsächlich inzwischen. Umso wichtiger, dass wir die Position vorne halten. Da haben wir auch Nils Pollitz. Natürlich auf den Kopfsteinpflaster Passagen enorm gut. Was war das hier? Ah, okay, Moula lässt sich zurückfallen, weil sein französischer Kapitän hinten Probleme bekommt. Also jetzt heißt es hier echt aufpassen und konzentriert fahren, damit wir hier vorne die Lücken nicht reißen lassen. Und ja, wir müssen dann ab und zu ein bisschen mehr Energie investieren. Aber eine Top-20-Platzierung hier mit Alec Kaun bei den Weltmeisterschaften wäre natürlich ein feuchtes Träumchen. Die Ausreißergruppe vorne wird jetzt gestellt. Wir nehmen ein bisschen Tempo raus. Da ist tatsächlich eine Lücke gerissen. 23 Fahrer. Dahinter kommt hier Mohoric, der das Tempo macht und jetzt auch wirklich wieder rangeflogen kommt. Alter Schwede. Jetzt wäre natürlich ein guter Moment eigentlich gewesen, um mit Perry nochmal Wasser zu holen. Mal schauen, ob er das jetzt in der Gruppe mit 23 schafft oder ob er sich da noch weiter zurückfallen lassen muss. Er hebt da auf jeden Fall schon mal den Arm. Muss dann aber doch noch weiter zurück. Also auch das ist ja ein bisschen gefixt worden, dass der Fahrer jetzt nicht mehr bis ganz zum Schluss fahren muss, sondern das theoretisch auch ein bisschen früher machen kann. Ich hoffe mal bei Perry, dass das jetzt klappt. Und da hat er auch volles Wasser und schon reißt vorne die Lücke. Auch nicht schlecht. Alec Kaun aber hier vorne noch mit am Start, ohne dass er so viel Energie verballert hätte. Gute Leistung bislang von unserem kanadischen Team. Unserem Zweierteam, also kanadischer Zweier quasi. So, 24 Fahrer hier vorne am Start. Tempo wird jetzt natürlich immer höher. Perry hat da jetzt viel Energie investiert, um nochmal in Wasser zu bringen. Klemmt sich vor Alec Kaun. Da machen wir wieder Klong. Schön gegen die Brücke gefahren. 33 Kilometer. Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. In so eine gute Situation. Müssen wir allerdings ein bisschen die Position nach vorne verbessern. Ansonsten fliegen wir da nämlich gleich raus. So, die Ausreißer sind eingeholt. Da waren wir ja ursprünglich mal mit am Start. Schee war es da auch, aber dann hat es uns leider auf die Fresse gelegt. Trotzdem, Alec Kaun hat den Sturz ganz gut verkraftet. Und jetzt heißt es im Finale, ja, so gut und ruhig wie möglich hier durchzufahren. So, da ballern wir mal schnell ein bisschen drüber. Halten dann unsere Position wieder. 134 Fahrer. Also das Feld ist jetzt anscheinend sehr, sehr lang gezogen. Das sieht man hier. Da sind auch einige Lücken, die aber momentan noch nicht gerissen sind. Da kommen jetzt Attacken von Van Grestel und Hulgaard. Bleiben mal hier vorne in Position. 26 Kilometer ist natürlich noch ein ordentliches Stück. Und es wird jetzt nur noch attackiert werden in diesem kleinen Rundkurs im Finale. Mit kleinen Hügeln drin. Mal gespannt, wie weit wir da kommen. Da jetzt Attacken mitzugehen, ist erstmal tödlich für uns. Weil das Grundtempo eigentlich schon zu hoch ist. Da hatten wir jetzt Van Grestel, der es ja glaube ich gerade versucht hat. Vorne kommen die nächsten Attacken. 23 Kilometer sind es noch. Da Matthews auch mit am Start. Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Da werden wir gerade ein bisschen überrollt. Perry versucht da hinterher zu gehen. Wir hauen mal den Einsatzbalken rein. Führungsarbeit würde uns momentan zu sehr killen. Weil dann würden wir Richtung Spitze fahren wollen. Und das kriegen wir glaube ich nicht hin. Aber das sieht erstmal ordentlich aus. Boah, jetzt geht da vorne aber die nächste Attacke. Da müssen wir mal ganz kurz den Einsatzbalken fahren. Wie gesagt, kostet unglaublich viel Energie. Aber ist ab und zu notwendig. Zumindest in meinen Augen. So, mal schauen. Boah, jetzt sind wir ganz am Ende der Gruppe. Da müssen wir wieder ein Stück nach vorne ballern. Okay, da hauen wir wieder den Einsatzbalken rein. Sonst sind wir nämlich gleich weg. Noch sind wir in der Spitzengruppe mit Alekhauen. So, Perry kriegt jetzt dann auch gleich mal das Gel. Bleiben hier weiterhin platziert irgendwo im Pulk. Uiuiui, jetzt geht es los da vorne. Da müssen wir jetzt dranbleiben. So, Perry bekommt mal das Gel. Kaun wird jetzt auch bald platz sein. 14 Kilometer sind es noch. Wir hängen uns hier mal mit in diese zweite Gruppe rein. Und hoffen, dass die uns wieder hinfahren. Was anderes können wir nicht machen. Der gelbe Balken wird dann nämlich auch gleich flöten gehen. Tempo enorm hoch. Aber wir sind, wie gesagt, gut mit dabei. Beide Kanadier bislang in der Spitzengruppe. Jetzt heißt es halt, die Füße stillhalten. Und so viel Energie wie möglich sparen. 11 Kilometer noch. Jetzt kommen allerdings noch ein paar Hügel. Die könnten übel werden für uns. So, vorne gehen jetzt die nächsten Attacken. Und da ist jetzt wahrscheinlich die entscheidende Lücke gerissen. Direkt vor uns. Da lassen wir uns aber nochmal hinfahren. Wer ist das? Matteo Trentin. Der da reinballert. Schauen wir mal, kommen wir da nochmal vorne hin. So, komm Alekh. Hau nochmal rein. Da gehen wir nochmal mit. Versuchen unser Bestes. So, vorne sind auf jeden Fall Attacken gegangen. Da ist auch eine Lücke gerissen. Noch geht es, noch geht es. Wir nehmen jetzt schon mal das Energiegel. Und da reißt jetzt die Lücke. Schade. Das wird dann doch schwierig. Kommen wir da nochmal hin. Perry tut alles, um uns da nochmal hinzubringen in diese Gruppe. Die jetzt aber auch weiterhin durchballern. So, wen haben wir denn hier dabei? Mesquetsch. Wie schaut die Rennsituation vorne aus? Denix Düber ist da jetzt ganz vorne. Nochmal schauen, kommen wir hier nochmal ums Eck. Puh, die ballern hier jetzt weiter rein. Das wird ganz, ganz hart werden. Jetzt auch in den Sprint rein. Können uns mal an Mike Tennyson dranhängen. Weiß nicht, wie viel Power der jetzt noch im Tank hat. Elekauen ist auf jeden Fall durch. Tennyson, mal schauen. Perry könnte man nochmal weiter nach vorne bringen. Vielleicht kann der im Sprint was machen. Beziehungsweise der soll uns einfach mal nach vorne bringen. So, da wird nichts gehen, leider. Für Elekauen und auch für Perry nicht. Und neuer Weltmeister wird Matteo Trentin. Vor Wout van Aert. Das ist ein bisschen überraschend. Matteo Trentin holt sich hier den Sieg. Dann Pulit als bester Deutscher auf der 11. Perry auf der 15. Und Elekauen kommt aber in die Top 20 noch rein. Auf dem 18. Platz. Immerhin nicht 8er, sondern 8 Zehnter. Jawohl, eine 1 davor macht es immer besser. Eigentlich nicht. Aber in dem Fall schon. War trotzdem ein spannendes Rennen. Ich glaube, wir haben so gut wie möglich mit der absoluten Elite mitgehalten. Die natürlich bei den Weltmeisterschaften häufig nicht mehr so gut in Form ist. Aber mit einem überraschenden neuen Weltmeister, Matteo Trentin. Haben wir quasi den letzten Höhepunkt der Saison bestritten. Wout van Aert, nur Zweiter, kennt er ja. Das ist halt immer das Problem, wenn man so ein guter Allrounder ist und gleichzeitig so ein guter Sprinter. Sagt man ja auch immer wieder bei den Rennen, dass wenn eine Gruppe ankommt, dann gewinnt Wout van Aert das Ganze. Deswegen muss er aber auch immer dafür sorgen, dass die Ausreißer vorne eingeholt werden. Hat man ja auch beim Olympischen Rennen gesehen. Dass er da unglaublich viel arbeiten musste. Und im Endeffekt hat es dann doch nicht gereicht, um sich den Titel zu holen. Also spannende Weltmeisterschaften. Kann man nicht anders sagen, dass wir jetzt den Titel nicht geholt haben mit LRK. Und es glaube ich zu verkraften, war aber auch relativ klar. Trotzdem ein gutes Top 20 Resultat für den immer noch jungen Kanadier, der für uns eine sehr, sehr gute erste Saison fährt. Da würde ich ein bisschen Luft drauf machen. Das sieht für mich platt aus, das Ding. Und die filmen immer noch in die falsche Richtung. Das ist einfach zum Mäusemelken oder zum Neromelken. Der pennt schon wieder, weil es ja immer noch mit mir gespielt. Völlig aufgedreht und immer schön ins Beinchen beißen. Also so spielerisch natürlich. Und jetzt schon wieder völlig weggepennt. Ja, jetzt einmal noch tief durchgeatmet. Also die Weltmeisterschaften sind rum. Im Zeitfahren haben wir auch uns das finale Ergebnis angeschaut. Es geht noch Richtung Sponsoring. Das können wir dann später noch machen. Neue Wechsel gibt es auch. Pavel Bittner hat sich gedacht, ach komm, wenn ich auf dem Kopfsteinpflasterrennen verheizt werde von DSM, dann gehe ich doch zu KFC, Kentucky, Schreitficken. Und jetzt darf ich, glaube ich, das Video nicht mehr wirklich verwenden. So, Girmai geht zu Electro Hyper Hyper. Archbold verlässt The Quinny Quickstep. Ansonsten irgendwelche großen Areruja. Den hatten wir ja auch immer mal auf dem Zettel mit Team Bike Aid. Der verlässt das Team Bike Exchange. Und ne, das Team Benediktion, sorry. Und wechselt auch zu Colnago. So, also die rüsten schon richtig auf. Finde ich cool, hier diesen Überblick. Da weiß man immer, ich habe gerade ein Popo gelesen, was da gerade so abgeht. Wäre cool, wenn es nochmal so ein bisschen priorisiert wäre nach, okay, ich habe hier einen Blockbuster-Transfer. Aber das kriegt man ja hier eigentlich immer nochmal angezeigt. Also da will ich vor allem gar nicht meckern. Die großen Transfers werden hier ja quasi als Textnachricht mit übernommen. So, und dann geht das nämlich Richtung Finale. Der Grand Prix Chantal Bia. Wenn das nicht geil klingt, dann weiß ich es nicht. Sollte man auf jeden Fall, ich glaube, wenn man das eingibt bei Google, da kommt als erstes Pornhub oder sowas. Ich bin mir relativ sicher. So, also es geht auf jeden Fall nach Kamerun. Da schauen wir mal ganz kurz auf die Profile. Das sind kurze, knackige, flache Etappen in den Sprint. Corey Williams vielleicht nochmal, vielleicht simulieren wir es auch weg. Je nachdem, wie ich jetzt auch heute noch Zeit und Lust habe. Dann noch ein paar Ein-Tages-Rennen in Chile, finde ich ganz interessant. Und wie gesagt, in Mexiko können wir auch nochmal schauen, ob da vielleicht auf der einen Königsetappe was für jeder Freire geht. So, wir steigen schnell in Kamerun ein. Die letzte Etappe steht an. Momentan haben wir gar nichts zu sagen gehabt in den Simulationen, logischerweise. Gazzoli ist momentan vorne, zeitgleich mit Matthew Bostock. Ich glaube, Bostock hat die meisten Etappen gewonnen. Mois Mogisha auf der 3 mit 7 Sekunden Rückstand. Corey Williams mit 20 Sekunden, glaube ich, da hatten wir ihn noch gerade. Jo, da haben wir es auf der Nummer 37. Wir versuchen jetzt auf der letzten Etappe einfach nochmal im Sprint ein bisschen was zu machen. Kollege Schnürko, Schnürschuh ist auch mit am Start. Und dann starten wir nämlich mal unseren Zug. Es sind auch nur noch ein paar Kilometer, von daher wird es auch langsam Zeit, dass wir damit mal losgehen. Dann schauen wir, dass wir Ovet, dann Munoz für die Sprintanfahrt, Corey Williams und dann schauen wir mal, was wir da so rausholen können, wenn wir es nicht simulieren. Ziemlich hügelige Etappe. Zwischendrin war das Tempo so groß, dass wir schon fast platt waren. Da vorne geht es jetzt nochmal zur Bergwertung. Auch da haben unsere Fahrer nichts gerissen. Also Legion of Los Angeles ist hier bislang einfach nur mitgefahren. Mehr ist dort nicht passiert. So, Hunter Grove mit dabei, dessen Fitness nach der schweren Verletzung auch langsam besser wird. Corey Williams, den zieht natürlich der Hügel gerade so ein bisschen den Zahn, aber das kriegen wir trotzdem noch gewuppt. Dann schauen wir, dass wir jetzt schön reinballern. In die Abfahrt geht es rein. Dann Hunter Grove, da ballert jetzt auch gerade schon das Energiegel. Freddy Ovet übernimmt dann gleich. Haben natürlich auch nicht das beste Anfahrteam hier mit dabei. So, Hunter Grove geht raus. Freddy Ovet kommt. Muss dann mit der 99 jetzt rein. Dann kommt gleich Angel Mundios, der uns den Sprint anfährt. Da vorne geht es auch nochmal leicht bergab. Dann gehen wir mal los mit Angel Mundios. Kommt er da an der Seite vorbei? Naja, nicht so richtig. Corey Williams, jetzt geht es hier nochmal bergauf. Corey Williams kommt, aber wahrscheinlich wieder zu spät und zu sehr eingeklemmt. Jetzt kommen wir da nochmal durch. Ich weiß es nicht. Wir schießen mal vielleicht noch auf den dritten Platz. Ne, der vierte Platz wird es. Schade. Position war nicht gut genug. Also unser Anfahrteam auch wiederum nicht stark genug. Nick van der Leicke holt sich den Sieg. Adam Tupperlich auf der 2. Aber Corey Williams immerhin nochmal mit einem vierten Platz. Beste Platzierung. Und dann wird das wahrscheinlich der geteilte Rundfahrtsieg werden. Aber werfen wir nochmal ganz kurz den Blick. Matthew Bostock auf der 14. Er war Zweiter vor der Etappe. Mal schauen, ob sich da jetzt noch irgendwas gedreht hat. In der Gesamtwertung. Durch eine Platzierung. Durch eine bessere Platzierung. Ich weiß es nicht genau, was dann bei Zeitgleichheit entscheidet. Michele Gazzoli holt sich den Sieg vor Matthew Bostock und Mois Mogischa. Und wir sind dann wenigstens mit einem vierten Platz nochmal halbwegs gut mit dabei gewesen. Kent Main holt die Bergwertung vor. Nico de Mussola. Ansonsten hat Team Bike Aid. Aber auch nicht viel gerissen bei der Rundfahrt. Salim Kip Camboy auf der 8. Punktewertung geht auch an Gazzoli. Oder Gazzoli, wie auch immer ausgesprochen. Und ach, guck mal hier. Macht die Al-Battach auch ein Ägypter mal mit am Start. Auch sehr schön. Sieht man relativ selten in der Radsportwelt. Und da haben leider die Trikots gefehlt. Beim Iraq Cycling Project. Oder was? Auch wahrscheinlich ein Iraki. Und kein Ägypter. Aber die Flaggen sind auch schwierig. Sagen wir es mal so. Die kann man nur sehr schwer auseinanderhalten. Vielleicht. Aber Irak hat doch eine andere Flagge. Ich bin gerade unsicher. Schauen wir doch mal, ob wir die Flagge hier irgendwo mal schnell finden. Wo hatten wir es? In der 25-Wertung war das, oder? Oder in der Bergwertung? Allgemein. Dö, 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 dö. Da haben wir. Macht die Al-Battach. So, wo kommst du her? Wo steht es hier? Ach, Syrien ist es. Ja, mei. Also jetzt sind wir aber völlig in einer anderen Sphäre. Also nicht völlig in einer anderen Sphäre. Aber da lag ich relativ weit daneben. Also, dann geht es jetzt rüber nach Chile. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, jetzt langsam verlässt es mich. Das könnte die Türkei sein. Und hier würde ich mal auf Mexiko tippen. Da habe ich ein ganz jutes Gefühl. Also, da ballern wir nochmal rein. Schauen, was dort rausspringt. In Mexiko machen wir die Königsetappe dann vielleicht noch mit. Die Vuelta Michoacán. Da schauen wir mal drauf. Ja, also hügelig. Ist vielleicht untertrieben mit einem Ohrkategorieberg. Da sind ein paar nette Sachen dabei, wo man mit Ida Freire vielleicht nochmal was machen kann. Aber dann spielen wir wahrscheinlich wirklich nur die dritte Etappe. Und halten jetzt vielleicht nochmal in den ein oder anderen Sprint mit rein. So, wir gehen rein in die letzten 20 Kilometer. Die spannenden 20 Kilometer Al-Akauenwag bis eben noch in der Ausreißergruppe. Wird jetzt aber gerade eingeholt. Leider hat das nicht funktioniert. Und wir haben sehr, sehr gute Nachrichten. Lance Hated hat sich nämlich am Hügel auf die 70 verbessert. Unser amerikanischer Meister. Also, das funktioniert doch ziemlich gut. Al-Akauenwag drückt da vorne jetzt nochmal für uns drauf. Dann ist das hier das vorletzte Mal, dass es diesen Hügel nach oben geht. Wir halten das Tempo mal hoch, damit die Gruppe auch möglichst klein wird. Leider ist Hated dann heute trotzdem nicht unser Kapitän. Weil Ida Freire einfach eine Bomben-Tagesform hat. Da haben wir auch den algerischen Meister Riggigi. Ich liebe diesen Namen einfach. Ich kann jetzt immer noch wieder sagen, dass das wahrscheinlich Kikiriki übersetzt heißt. So, Al-Akauen, na gut, 85 ist vielleicht ein bisschen hoch. Jetzt geht es hier nochmal bergab. Eigentlich ein Paradies für die Ausreißer, muss man sagen, mit so vielen Kurven. Hier sehen wir das Finale. Es geht bergab und dann haben wir da vorne den letzten Kilometer. Also, wenn man es alleine durchziehen will, muss man schon keine Gnade zeigen. Ich schaue gerade wieder Cobra Kai parallel, deswegen Strike First und so weiter. Das machen wir nämlich heute auch natürlich mit den schöneren Lehren aus Cobra Kai. Die gute Mischung, die man da mitnimmt. 11 Kilometer, Alec Kauen hat die Führung übernommen. Vorne ist das Rallye Cycling. Ocampo ist da vorne. Ne, orangenes Trikot sieht aber immer so nach Rallye Cycling aus. Das ist das Team Colnago, wo wir ja auch schon gesehen haben, dass die einige Colnagos mit Köpfen gemacht haben. Ähm, ja, ist klar. Geil. Ähm, so, Alec Kauen mit der 80 kann er nach wie vor vorne bleiben. Lens Haded wird uns dann, ja, wahrscheinlich gleich unten in den Berg reinbringen und an dieser schwarzen Rampe. Da werden wir es dann versuchen. Wir erhöhen nochmal mit Alec Kauen, damit er dort auch im richtigen Moment platt geht. Dann setzen wir unten die Attacke rein. Und übernehmen das Ganze dann mit Eder Freire. So, Lens Haded übernimmt. Kauen hat Feierabend. 26 Fahrer sind hier überhaupt noch drin. So, hier geht es jetzt einmal so eine kleine Rampe nach oben. Können wir aber auch schon mal schneller fahren. Energiegill wird genommen. Und dann hauen wir hier jetzt schon mal rein mit Lens Haded. Sind wir da jetzt schon über diese super steile Rampe drüber? Tatsache, das war schon die steile Rampe. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Da habe ich den Berg irgendwie falsch interpretiert. Gut, dann geht es in den Sprint. Auch kein Problem. Kriegen wir auch hin. Schauen wir mal, dass Lens Haded dann jetzt gleich mal losgeht. Mit Eder Freire am Hinterrad. Der dann jetzt mal kommt. Vorsprung ist relativ groß. Eine Kurve kommt natürlich auch noch. Allerdings haben wir hier Felix Groß. Der von der Beschleunigung her hat es auf den letzten Metern vielleicht jetzt noch schafft. Ne, schafft er nicht. Und dann wird es der Doppelsieg endlich mal wieder. Lens Haded holt sich den Sieg. So viel dazu. Also Lens Haded gewinnt vor Eder Freire einfach mal mit dem 2 Kilometer Schlusssprint des Todes. Felix Groß auf der 3, Holla auf der 4. Also Bike Aid auch hier wieder gut mit dabei. Und einige gute Konkurrenz haben wir hier geschlagen. Alec Kaun kommt noch auf der 16 rein. Und ja, damit können wir doch gut leben. Der Sieg in Chile. Also auch quasi ja in einem der Bereiche, wo wir noch stärker werden wollen. Wir holen uns wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen chilenischen Nachwuchsfahrer. Oder generell Radfahrer aus Chile, aus Südamerika. Und werden dort versuchen natürlich dann die Fahrer zu entwickeln. Und vor allem auch zu richtig guten Rundfahrern zu machen. Damit wir bei den großen Rundfahrten auch am Start sind. Richtig schönes Panorama. Da gewinnt man doch gerne. Und der Doppelsieg für Legion of Los Angeles ist natürlich besonders schön. L3 Neunion. So, hügeliges Finale ausgenutzt. So ein bisschen die Tücken des Finals ausgenutzt. Und leider muss man allerdings noch sagen, in Kamerun Time Magna gestürzt. Mit einem Hüftbruch jetzt erstmal raus. Also da gibt es auch schönere Nachrichten. So, da hatten wir Wout van Aert gerade. Das war aber keine Transfer News. So, haben wir sonst noch irgendwas Spannendes hier mit dabei? Nicht so richtig. Richtig große Fahrer sind nicht am Start. Die sind jetzt denke ich mal schon gewechselt. Und jetzt kommen hier noch so ein paar kleine Nachrichten rein. Heinschke geht von Team Development, Team DSM Development. So rum ist es richtig. Development Team von DSM. Leon Heinschke, 21 Jahre, wechselt zu Ratnet Rose. Also auch eine schöne Geschichte. Mal schauen, ob er da erfolgreicher ist als bei DSM. Und wie gesagt, dann machen wir weiter. Türkei, ja, zwei Sprints. Mal schauen, die würde ich wahrscheinlich eher wegsimulieren. Und dann schauen wir uns vielleicht noch das Finale in Mexiko an. Und mal schauen, was da drin ist. Und dann geht es in der nächsten Folge ja quasi in den Abschluss. Da machen wir die Transfers. Und wir eröffnen unser eigenes Development Team. So, wir haben mal alles wegsimuliert. Und jetzt sind wir in Mexiko am Start. Und machen das Rennen mal schnell. Unabhängig davon, ob wir da vorne jetzt tatsächlich durchkommen. Müssen die hinten jetzt richtig reintreten. Also Eder Freire attackiert direkt vom Start weg am Org-Kategorie-Berg. Hinten, wie gesagt, wird das Tempo hoch werden. Momentan ist Lukas Carstensen im gelben Trikot. Den sehen wir hier. Hügelwert 62. Ja, Sprint. Ja, das ist er nicht. Hügelwert 66. Beschleunigung, Sprint. Auch so lala. Also Eder Freire versucht das mal. Die Hoffnung, dass hier hinten dadurch Lücken reißen. Und einige der Sprinter, die momentan in der Gesamtwertung gut liegen, nicht ins Finale mitkommen. Das ist natürlich die große Hoffnung. Miguel Heidemann ist auf der 3. Pavel Berners auf der 2. Alles keinen besonders guten Bergfahrer. Aber es kommt sonst nicht mehr wirklich viel, wo wir die anderen Clas-Monts-Fahrer auch dezimieren könnten. Jetzt sind wir hier vorne mit Cesar Veloso. Auch kein schlechter Bergfahrer. Also eine echt gute Gruppe, mit der wir hier am Start sind. Dann können wir uns das Ganze ein bisschen aufteilen und gehen in den Org-Kategorie-Berg rein. Ist schwierig. Wie gesagt, auf den ersten Etappen bin ich selber nicht gefahren. Corey Williams war im Sprint wieder keine besonders gute Option anscheinend in der Simulation und dann versuchen wir unser Glück jetzt mal aus der Ausreißer-Gruppe. Maxap Daviesai arbeitet hinten für Team Bike Aid, aber er muss natürlich aufpassen, dass er Lukas Carstensen im Endeffekt nicht rausfährt. Also spannende Rennsituation. Böckli ist noch mit dabei und dann schauen wir mal, was drin ist für unseren Mexikaner, den ehemaligen mexikanischen Meister. Ein Ziel haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Auch wenn Eda Freire jetzt vielleicht gleich wieder eingeholt wird. Ausreißer-Gruppe wird gestellt. 72 Fahrer angeblich hier hinten noch drin. Unser Team ist auch schon komplett zerfleddert. Aber das gelbe Trikot ist raus. Das ist schon mal klar. Also Lukas Carstensen haben wir quasi kaputt gefahren. Ich weiß nicht, wo der kommt. Hier ist er. Dann haben wir auch Enzo Vautas, den vierten der Gesamtwertung. Alec Kaun ist hier mit in der Gruppe. Können wir mal auf automatisch. Ne, besser nicht, sonst fährt er die nämlich wieder zurück. Das soll nicht sein. Tyler Williams ist relativ früh rausgefallen. Und jetzt haben wir Eda Freire nach wie vor hier vorne, der sich den Ohr-Kategorie-Berg vielleicht holt. Richtung Bergwertung wäre das nicht verkehrt. Wie schaut es da aus? Naja gut, 45 Punkte. Könnte dann doch ein bisschen viel sein. Hier wird weiterhin hinterher gefahren. Da kommt jetzt Staune Mitted zusammen mit Lance Haded nach vorne. 29 Fahrer nur noch. Also die Gruppe ist schön klein geworden. Wir können uns dann wahrscheinlich gleich mit Eda Freire auch wieder dort reinfallen lassen. Beziehungsweise wenn es dann in die Abfahrten geht. Ja, so richtige Abfahrten gibt es hier aber erstmal nicht. Können wir dann vielleicht dort auch besser regenerieren. Es sind immer noch drei Kilometer bis oben hin. Alec Kaun hat es wieder auf die Fresse gelegt. Mit wahrscheinlich jetzt Lukas Carstensen einfach mal zur Seite weggetreten. Moderner Fünfkampf auch hier. Da wird einfach die Reitpeitsche ausgepackt. Und dann gibt es auch die Fresse. So, dann kann er jetzt wenigstens auf automatisch fahren. 56 Sekunden der Vorsprung. Hier hinten sind alle durch. Vorsprung steigt wieder. Und dann können wir mit einem geringen Tempo uns die Bergwertung holen. Und mal schauen, was mit Eda Freire da insgesamt so geht. Lance Hated haben wir hier auch noch mit dabei. Der sich wie gesagt auf die 70 verbessert hat. Heute mit einer guten Tagesform. Auch im Klettern nicht schlecht ist. Und jetzt kommen ja eigentlich nur noch Hügel. Von daher sind wir doppelt gut aufgestellt. Wir schauen uns noch schnell an, wie wir über den Kulminationspunkt fahren. Und uns die Bergpunkte sichern. Eine Minute der Vorsprung. Und dann sehen wir uns gleich wieder im spannenden Rennfinale. So, neue Rennsituation. Eda Freire ist eingeholt. Lance Hated hat jetzt nochmal versucht zu attackieren, um in die Ausreißergruppe zu kommen. Hinten ist nämlich keiner mehr gefahren. Deswegen dachte ich mir, gut, dann bevor wir da jetzt die ganze Zeit Tempoarbeit machen. Vorne ist Marke. Hat mal eine dufte Marke gesetzt. Und attackiert. Hated wie gesagt hinterher. Eda Freire kann sich jetzt ein klein wenig entspannen. Hinten allerdings die Rennsituation so, dass natürlich die Gruppen nach und nach wieder zurückkommen. Das hohe Tempo, was wir dort forciert haben. Ist natürlich nur gut, wenn das auch hoch bleibt. Und wir haben jetzt nicht das Team dazu, um hier weiter Tempo zu machen. Das hatte ich eigentlich mit Lance Hated vor. Hat wie gesagt nicht funktioniert. Deswegen versuchen wir jetzt da vorne hinzukommen. Marke ist ein ordentlicher Fahrer. Nicht überragend unterwegs. Aber vielleicht kommen wir am Hügel jetzt ran. Und können dann in der Abfahrt noch ein bisschen regenerieren. Allerdings wird der Vorsprung nicht unbedingt kleiner. Den er da vorne hat. Vielleicht können wir jetzt, wenn es hier ein bisschen steiler wird mit Lance Hated, was gut machen. Das funktioniert aber nicht wirklich. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob der da vorne gerade völlig überpowert oder was da los ist. Aber wir verlieren sogar Zeit am Hügel. Spannend. Wie gesagt, da hätte ich jetzt eher gedacht, dass wir relativ dicht sogar rankommen. In der Abfahrt die 66. Also Lance Hated hat sich zu einem richtig guten Fahrer entwickelt. In der Abfahrt können wir jetzt nochmal ein bisschen höher gehen. 1,42 jetzt der Rückstand. Wahnsinn. Da vorne haben wir ihn gerade noch gesehen. Bergwertung, Eder Freire. Da ist wieder Francisco Lara. Der uns ja den mexikanischen Meistertitel genommen hat. Zalim Kipkenboy da auch wieder vorne mit dabei. Also auch der fährt eine gute Saison. Oder zumindest eine gute Schlussphase. So, 1,37 der Vorsprung. 50 Kilometer sind es noch. Jetzt wird es wahrscheinlich nach hinten auch langsam wieder komplizierter werden. Da bleiben wir jetzt einfach mal drauf. Ist ganz interessant, das zu verfolgen. Ist ein bisschen wie Zeitfahren. Gelbes Trikot ist zumindest nicht zurück und hat immer noch ein bisschen Rückstand. Und da werden wahrscheinlich auch das grüne Trikot, das sogar noch weiter zurück ist, eine Gruppe. Also Gesamtwertung wird auf jeden Fall völlig neu durchgespielt werden. Jetzt ist das natürlich hier so 1 gegen 1. Aber keine Ahnung, was Mark hier da vorne macht. Was der für ein Tagesformat. Aber von den Werten her ist er eigentlich schlechter. Und ich meine, Hated hat ja auch die Plus 3. Finde ich merkwürdig, dass wir da keine Zeit gut machen können. Und dass das Hauptfeld jetzt nur auf uns Zeit gut macht. Also Hated, glaube ich, haben wir da ein bisschen verfeuert. Mit der Attacke. Das Hauptfeld macht jetzt auch so viel Druck, dass diese eine Minute, die wir da noch haben, nicht passt. Alter Schwede, was ist denn mit dem los? Okay, jetzt ist er durch. Da war er gerade kurz Platz. Weiß nicht, ob der einfach auch ein bisschen überpowert hat. Aber wir überpowern auch gerade. Von daher wird das schwierig. Ich glaube, wir lassen uns mal ins Hauptfeld zurückfallen. Sparen da ein bisschen Energie. Und dann machen wir die Jagd auf den Etappensieg wenigstens. 63 Fahrer sind hier mit drin. Dann schauen wir, dass Eder Freire mal hier an die Seite geht. Ich stelle auch gerne immer die zweite Option ein. Weil, falls ich das irgendwann umstelle, dann ist der Fahrer wieder auf 0 gestellt aus Versehen. Und dann müssen wieder Videobotschaften kommen. Und das kann ja keiner wollen. Ja, Salim Kipke war ja auf jeden Fall hier vom Teamchef noch nicht auf 0 gesetzt. Der müsste doch hier auch irgendwo noch in der Gruppe sein. Wo haben wir das kenianische Meistertrikot? Habe ich es jetzt irgendwo übersehen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich weiter vorne mit dabei. Da ist er. Mit der Nummer 27. Gute Werte. 68 Berg, Hügel 69. Beschleunigung auch ordentlich. Guter Ausreißer. Quasi die Werte, wie er sie auch letztes Mal hatte. So ein Wasser für Lenz Hated wäre wahrscheinlich nochmal ganz ordentlich. Der sich da jetzt gerade nicht zurückfallen lassen kann. Okay, jetzt ist vorne Marke durch. 57 Sekunden. Ja, okay. Aber Hated, das wird irgendwie nicht so richtig viel. Achso, weil das die zweite Option war. Naja, ist ja wurscht. Mal schauen, was mit Eder Freire geht. Lenz Hated. Sprint, Beschleunigung 64, 67, 64, 65. Also könnte man theoretisch auch nochmal ändern. Aber da jetzt nochmal ans Ende des 63-köpfigen Hauptfeldes zu fahren, macht dann auch keinen Sinn. Wir stellen es mal schneller und gehen auf die letzten Kilometer. Dann fahren wir für unseren Mexikaner beim Heimspiel. Ich glaube, wenn jetzt der Amerikaner hier gewinnen würde, dann wäre es auch kein gutes Zeichen. Keine Ahnung. Wir wollen natürlich den Mexikaner die Kapitänsrolle zuschustern. So rum ist es richtig. So, dann fahren wir mal an die Spitze. Hängen mal Eder Freire dran. Passiert da was? Ne. Kommen wir da irgendwie weg? Wahrscheinlich eher nicht. Wen haben wir hier? Stefan Rabic an unserem Hinterrad. 6,9 Kilometer. Okay, das hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert, habe ich das Gefühl. Aber wir haben immerhin eine kleine Lücke gerissen. Fährt Stefan Rabic da vorbei? Können wir ein bisschen vom Tempo runtergehen? Na, dann ist auch alles schon wieder passé. So, wo ist Lenz Haydet? Wenn der GGL natürlich noch schnell nehmen. Ob der da jetzt nochmal nach vorne kommt. Ansonsten gönnen wir dem Sieg den anderen. So ist es nicht. Der sieht allerdings schon ziemlich durch aus, wo wir uns da gerade das Hinterrad geschnappt haben. Das ist Hansen. Da kommt Haydet nach vorne gesprintet. Dann hängen wir uns nämlich da dran. Schauen wir mal, was da vielleicht noch geht nach ganz vorne. Boah, jetzt geht es hier aber auch nochmal. Eieiei, da war ich aber viel zu früh draußen. Haydet ist jetzt allerdings gleich platt. Freire wird so früh platt sein. Da haben wir überhaupt gar keine Chance. Also Sprint viel zu früh eröffnet. Ich weiß nicht, ob die Konkurrenz das auch gemacht hat. Sieht so aus. Weil jetzt alle hier auf einer Linie fahren. Da ist keiner mehr wirklich gut. Aber da hatten wir die Chance, wenn wir das nicht ganz so früh eröffnet hätten. Hernandez holt sich den Sieg mit Sprint 61-63. Ein bisschen hügelig natürlich im Finale gewesen. Aber da wäre mehr drin. Oh, nicht der achte Platz. Sehr schade. Leider nur neunter. Also da fehlt mir momentan das Timing. Zum Ende der Saison geht mir die Puste aus. Aber wenigstens sind wir jetzt auch am Ende der Saison. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Gesamtwertung ausschaut. Da hat sich bestimmt einiges getan. Michael Heidemann war allerdings vorne mit dabei. Könnte sein, dass er die Gesamtführung jetzt übernimmt. Weiß gar nicht mehr, wer jetzt auf der 2 war im Klassement. Und da mal schaut. Ah, okay, das war Pavel Berners. Stimmt. Mal schauen, ob der vorne mit dabei war. Sollte man wahrscheinlich nicht machen, das. Okay, da hat das Spiel dann trotzdem keinen Absturz. Und jetzt bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Und, ah, Pavel Berners war auf der Etappe auf der 3. Also wird es auf jeden Fall Pavel Berners sein, der die Führung übernimmt vor Michael Heidemann. Ulisses Castillo. Lenz heidet immerhin auf der 10. Mit 41 Sekunden Rückstand. Aber mehr war es da nicht. Wir haben uns die Sprintwertung halt geholt. Bergwertung immerhin noch der dritte Platz für Ederfreie. Das könnte man ja als Ziel ausgeben. Aber ich werde jetzt die letzten Etappen weg simulieren. Enzo Wouters in der Punktewertung vorne. Nachwuchsfahrerwertung geht an Michael Heidemann. Ganz, ganz stark vom Deutschen. Und in der Teamwertung sind wir nicht in den Top 10. Da können wir mit leben. Weiter, weiter, immer weiter. Und dann sind wir nämlich an dem Saisonende angekommen. Ederfreie auf der 9 in der Gesamtwertung. Zehnter Platz für Lenz Heidemann. Ederfreie nur auf der 23. Da haben wir leider dann keine entscheidende Lücke mehr reißen können. Aber damit müssen wir und können wir, glaube ich, ganz gut leben. So, die letzten Etappen sind flach. Etappe 5 und 6. Da kann Corey Williams nochmal reinballern, wie er will. Er wird wahrscheinlich in der Simulation sich nichts holen. Und dann machen wir in der nächsten Folge nämlich den Transferüberblick. Wir machen das Development Team und schauen einfach generell nochmal auf die Saison zurück. Und würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Schauen für die erste Saison. Wie gesagt, wo wir gleich nochmal schauen. Oh, Aaron Grosser. Stand da gerade Aaron Grosser. Ich dachte, er hat die Karriere beendet. Hello? Aaron Grosser wechselt von Arbeitslos zum HKSI-Team. Also, Karriere wieder reaktiviert. Sprint 72, Beschleunigung 72. Nicht schlecht. Also, Aaron Grosser ist back. Und wir freuen uns darüber. Maxap Devisai wechselt von Bike8 weg. Das werden wir auch dann in der nächsten Folge noch schauen. Was sich da getan hat. Henry Ulick wechselt von Radnet Rose zu Zalf Euromobil. Auch interessant. Was ist das für ein Team? Ein italienisches Team. Das aber ein paar gute Fahrer hat. Kannte ich jetzt nicht. Ich hatte aber irgendwie ein ganz nices Trikot. So wie das amerikanische Meistertrikot. Nur halt in grün. Daher kommt der Spruch also. So. Ich sage Dankeschön fürs Schauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, die Folgen kamen jetzt nur alle zwei Tage. Weil ich einfach nicht mehr geschafft habe. Außer ich schaffe unter der Woche nochmal was. Aber ich glaube, das ist ein bisschen utopisch. Mit dem ganzen Stress, der momentan vor der Tür steht. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal bei Team Legion. Und dann gibt es, wie gesagt, die Transfers Development Team. Und dann geht es endlich in die zweite Saison. mit Goldweinkanister und Co.